Wie kann ein Film, also das Medium-Film, generell in das Image deines Unternehmens einzahlen? Und das ist auch eine Frage, die ich sehr, sehr oft bekomme, tatsächlich von meinen Kunden dann, wenn es dann ins Eingemachte geht. Das heißt, der Kunde hat sich schon mal committed, hat gesagt, okay, wir wollen das jetzt zusammen machen. Und jetzt geht es darum, ein Konzept zu finden, das sozusagen dafür einzahlt, dass das Image sich verbessert. Was ist damit allgemein gemeint? Also Image hat was für mich mit einer Branding-Maßnahme zu tun. Da steht also, wir haben das Geschäftsmodell, wir haben so ein bisschen das Markenversprechen, die Mission, die Vision, auch für den Kunden dann. Also wenn du ein Unternehmen hast, wenn du ein selbstständiger Unternehmer bist, Unternehmerin, dann wirst du diese Herausforderung kennen, dass man sich immer mal die Frage stellen darf, warum mache ich das Ganze? Und jetzt geht es darum, sozusagen den Kunden zu begeistern. Es geht bei einem Film, nennen wir ihn jetzt mal Imagefilm, Werbevideo, geht es darum, Emotionen zu übertragen. Es geht bei einem Film weniger darum, immer nur die Informationen zu übertragen, sondern es geht um das Emotionsmedium-Film. Es ist einfach so, wenn ich eine Webseite habe, da habe ich meine Headline, ich habe meine Texte, ich habe meine Aussagen, ich habe vielleicht Testimonials drauf auf so einer Seite. Also alles das, was dazu führt, dass der Kunde sich quasi dann angesprochen fühlt und im Idealfall bei mir kauft, beziehungsweise sich meldet. Also dass man sozusagen eine Anfrage darüber generieren kann. Und der Film übernimmt dann die Aufgabe, den Zuschauer, also die Zielgruppe dann in dem Moment, das kann ein Bewerber sein, das kann ein Kunde sein, der kaufen soll. Das kann aber auch sein, dass man sagt, man möchte Investoren zum Beispiel mit so einem Film ansprechen. Dann ist es halt an der Stelle so, dass der Film die Aufgabe hat, denjenigen emotional zu erreichen. So und jetzt ist die Frage, die Frage an der Stelle natürlich, die Frage aller Fragen ist, wie macht ihr das mit dem Thema, wenn man das Image verbessern möchte? Also es gibt viele Videos hier im Kanal, wo es um Kunden-Mitarbeiter-Gewinnung geht. Heute sprechen wir mal über das Image. Tatsächlich habe ich gerade so einen Fall, ich kann natürlich jetzt noch keinen Namen nennen, weil ich mache das immer erst nach dem Projekt, allein um den Kunden zu schützen. Es ist ein Projekt, wo es auch darum geht, ein Unternehmen sozusagen nochmal neu aufzustellen, zu positionieren. Das gibt es dann schon sehr viele Jahre, das ist erfolgreich am Markt, aber es fehlt im Marketing etwas. Im Marketing fehlt so eine übergeordnete Aussage, so ein Slogan. Wir entwickeln ja auch unsere Filme, entwickeln wir auch Claims und auch Slogans. Das kommt mal ein bisschen darauf an, was es gerade geht, zum Beispiel Produkt oder meine Dienstleistung. So und jetzt geht es darum, in diesem Video so zu emotionalisieren. Ja, es geht jetzt nicht darum, den Kunden damit sozusagen zu gewinnen, so nach dem Motto, klick jetzt hier auf bestellen oder auf mich anrufen, sondern es geht darum, einen ersten Eindruck zu vermitteln. Also dieser Kunde hat vielleicht sogar schon erste oder hat schon eine feste Zielgruppe, die diese Webseite besucht. Und oft werden meine, unsere Videos oder Filme ja auf Websites eingesetzt, weil das ist so ein bisschen zentral. Ja, da kann man den Traffic auch generieren. So und dann ist jetzt die Frage, wie macht ihr das? Das ist so, dass wir am Anfang immer erst mal überlegen, kann man für eine Image-Kampagne, so würde ich sie mal nennen, kann man mit den eigenen Mitarbeitern, also mit sich selbst vor der Kamera arbeiten. Das ist eine der wichtigsten Fragen. Was ist damit gemeint? Also wenn ich eine Agentur habe, eine Dienstleistung beispielsweise, liegt es sehr, sehr nahe. Dienstleister sprechen auch mit Kunden selber. Das macht jetzt kein Computer, das macht kein Roboter, sondern das macht der Mensch, diesen Menschen im Film drin zu haben. Warum ist das so? Das ist authentisch. Menschen wollen mit anderen Menschen zu tun haben. Das ist ja ganz normal bei einer Dienstleistung. Das wäre ja auch seltsam, wenn ich jetzt für meinen eigenen Image-Film, der jetzt, wenn ich einen eigenen Image-Film mache, und es gibt auch einen tatsächlich bei Kreativfilmen von mir selber, wenn ich das jetzt mal jemand anderes machen lassen würde. Das wäre ein bisschen seltsam. So und da ist schon mal die erste Frage. Die zweite Frage, die man an der Stelle stellen muss, und das sind immer Fragen, die man stellen muss, um herauszufinden, was überhaupt möglich ist, wollen wir das vielleicht mit Schauspielern machen? Wollen wir in ein kreatives Konzept investieren? Und hier ist jetzt quasi der Unterschied. Hinsicht 2 oder hier gibt es quasi eine Überschneidung, die nicht zusammenpasst. Ich kann natürlich entweder hingehen und sagen, ich mache eine authentische Geschichte fürs Branding, fürs Image mit dem Bild des Unternehmens, das Bild so gut wie möglich darzustellen in Form eines, einer Reportage, einer Dokumentation, eines klassischen Image-Films, eines Erklärvideos, was auch immer. Oder ich gehe hin und mache etwas Fiktionales, das heißt, ich denke mir etwas aus, ich denke mir eine Geschichte aus. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, der entscheidende Unterschied, was dann die Erfahrung des Filmmachers ausmacht. Wir haben halt ganz viele verschiedene Konzepte, schon mal alle irgendwie ausgetestet. Wir wissen, welche Konzepte für welche Branche funktioniert. Kann man da so einen Haken hinter machen. Und jetzt ist dann quasi meine, unsere Aufgabe als Filmmacher ist dann für den Kunden, A, das richtige Konzept rauszusuchen. Und das, was man bei dem anderen Kunden schon erfolgreich umgesetzt hat, was ihm definitiv neue Anfragen, neue Bewerber, alles das gebracht hat, das zu adaptieren auf dein Thema sozusagen. Und das ist eigentlich quasi der Knackpunkt, warum man, also was man auch nur mit Erfahrung machen kann. Also es gibt jetzt auch kein Excel-Sheet oder so nach dem Motto, das mache ich mal in drei Wochen Expresskurs. Das ist vielschichtig. Einerseits muss das von der visuellen Sprache funktionieren. Also sitzt derjenige da? Steht der da? Läuft der da? Ist das drin? Ist das draußen? Also das sind ja schon mal irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Fragen. Die stellen wir uns als Filmmacher, das ist quasi der Prozess, den ich gerade beschreibe. Und dann ist die Frage, wenn ich wirklich den Geschäftsführer nicht vor die Kamera bringen möchte, warum auch immer, es kann ja auch sein, dass die Mitarbeiter sagen, sie möchten nicht im Film erscheinen, dann kann ich das zum Beispiel bei einer Schauspielerin, bei einem Schauspieler kann ich das Ganze lösen. Das hat dann den Vorteil, ich kann das dann über den metaphorischen Effekt sozusagen auflösen und dieser Figur dann sozusagen als Held darstellen und das Ganze dann verpacken. Und das ist so quasi ein Gedankengang, den ich an der Stelle mitgeben möchte. Das ist ein zentraler Gedankengang, der sehr wichtig ist. Das ist an der Stelle, an dieser Stelle, wo wir hier stehen, ist es eine Unternehmerentscheidung. Da kann jetzt nicht der Filmemacher sagen, das müssen wir jetzt so machen, weil das muss so sein, sondern wir versuchen erstmal zu fragen, stehen die eigenen Mitarbeiter zur Verfügung? Also möchtest du selber mit deinem Unternehmen, da wo du an deinem Standort bist, möchtest du da zu sehen sein? Ja oder nein? Und dann die zweite Frage ist, wenn du offen bist für ein kreatives Konzept, kann dieses Konzept, also kann diese Umsetzung ganz woanders stattfinden? Muss das jetzt zum Beispiel meine Agentur, meinem Büro sein, wenn ich Filmemacher bin? Oder kann das über die Erzählebene zum Beispiel auch sein, dass ich schon immer davon geträumt habe, eine Reise nach Australien zu machen? Ich dahin fliege, dieser Weg war nicht besonders erfolgreich, weil ich musste mir erst das Ticket kaufen. Dann habe ich das geschafft, das Ticket zu kaufen. Dann bin ich aber Economy geflogen, das war nicht so angenehm. Und als ich dahin kam, ging die Sonne auf und für mich haben sich meine Kindheitsträume erfüllt. Das ist jetzt mal so ganz einfach gesprochen, mal so innerhalb von zwei, drei Minuten. Also das wäre jetzt meine Vision, mein Traum für eine Reise nach Australien beispielsweise. Als Unternehmer, der es geschafft hat, der einen Prozess geschaffen hat, dass hier die Sachen automatisch laufen. Und der dieses Ticket sich leisten kann und dann wahrscheinlich auch dort bleibt für mehrere Monate. Völlig fiktiv. Hat jetzt nichts mit mir zu tun. Das ist wirklich nur so eine Geschichte. Und das ist mit dem metaphorischen Effekt gemeint. Das heißt, wir gehen hin, schauen als Filmmacher ganz genau, was ist deine Geschichte? Wo kommst du her? Was kann man als Heldenreise erklären? Was kann man, wen kann man sozusagen als Auflösung dahin stellen? Wir hatten neulich einen Film hier, oder wir haben den immer noch hier sozusagen. Da ging es darum, eine Stadt darzustellen zum Beispiel. Ja, eine Region, wo es darum geht, das Image dieser Region so aufzuwerten über einen Film, über einen einzigen Film, nicht über mehrere, sondern über einen Film. und dann zu schauen, wie kann man das mit einer Schauspielerin, mit einer Darstellerin attraktiv darstellen. Und natürlich ist es so, dass wir da nicht den Chef brauchen von der Firma, der das inszeniert hat, sondern wir brauchen dann eine Geschichte dazu. Also zeigt man zum Beispiel eine Heldenreise. Das wäre jetzt eine Möglichkeit, wie man es umsetzt. Und stell dir das jetzt einfach mal vor für dein Unternehmen. Stell dir vor, es gäbe jemanden, der diese ganze Branchenerfahrung schon mal irgendwie gesammelt hat, der dann aber auch weiß, welches Format gut in dieser Branche funktioniert und der das adaptieren kann, deine Idee, die du selber hast. Und das ist das, was wir bei Kreativfilm machen. Anders kann man es eigentlich gar nicht sagen. Und das ist wichtig, das zu verstehen, denn in diesen Erstgesprächen, wenn ich mit den Leuten bin, versuche ich natürlich immer dann so auf eine Ebene zu kommen, versuche dann auch wirklich das Problem zu verstehen. Warum ist das so? Warum braucht man jetzt einen Film fürs Branding? Warum würde man jetzt eine fünfstellige Investition tun, um in ein Branding zu investieren? Und manchmal stecken da andere Dinge dahinter. Und dieser Film kann alle diese Sachen auflösen. Wenn man es nicht mit einem Film schafft, weil es einfach zu viele Themen sind, dann macht man eine Serie. Gibt es auch Videos hier im Kanal von. Also, wenn dich das schon mal erreicht hat und du sagst, na, da möchte man mehr erfahren, kannst du natürlich auch einerseits unsere Blogartikel dazu anschauen. Ich werde dir hier unten unter diesem Video mal so den aktuellsten verlinken, wo man noch Beispiele sehen kann, wo auch noch mal weitergehende Fragen beantwortet werden. Aber das Allereinfachste ist doch, dass du jetzt sagst, ich trage mich mal für ein Erstgespräch ein. Diesen Erstgespräch völlig unverbindlich, finde man innerhalb von circa zehn Minuten gemeinsam heraus, wie diese Geschichte bei dir aussehen könnte und ob das mit uns was werden würde. So, ganz einfach ist das. Das machen wir mehrmals die Woche, dass wir diese Calls dann anbieten, mehrmals am Tag, auch zu unterschiedlichen Uhrzeiten. Und es geht doch einfach erstmal darum, zu verstehen, wo man als Unternehmer gerade steht, als Unternehmerin. Es geht ja gar nicht darum, direkt jetzt loszustarten, sondern erstmal zu schauen, kann man helfen und vor allen Dingen wie. Und das ist das, was ich dir in diesem Video dann einmal näher bringen wollte.